Lass mich eine Geschichte über den Wilden Westen erzählen. Eine Geschichte vom Überleben. Von Freiheit. Das zu tun, was du willst, wenn du's willst. Von Hoffnungen und Träumen. Eine Geschichte über Rache. Was? Das ist nicht, was du erwartet hast? Dann schreib sie selbst. Wild West Dynasty. Deine Welt. Deine Regeln. Deine Welt. 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 Deine Welt